Hallo Leute und herzlich willkommen zu LW3, einem weiteren Part. Ähm, ich hab jetzt ein bisschen, ja, ich spiel jetzt mal mit der OMP45, äh, nicht mehr mit der PP90. Und ja, ich muss noch dazu sagen, ich hab, äh, Marksman, oh fuck! Ja, das hab ich jetzt, oh, danke. Das wär ich jetzt verreckt. Ja, nee, hä? Nee, ich hab ihn nicht im Kopf getroffen. Nein, wenn's noch mal so wird, dann wächst ich gleich wieder zu PP90, Alter. Das ist so beschissen. Ähm, ja, was ich sagen wollte, ich hab Marksman und nicht mehr Stalker als, äh, Perk, als, ja, Nebenzusatz, wenn man das sagen will. Oh ja, und ich so aimig und ich nicht einfach drauf. Oh ja, Dropshot'n. Ich liebe es. Ah! Und ich will die Drohne immer grad aktivieren, aber es ist meistens nicht so gut. Frist das. Wo bist denn du? Wenn ich den noch gekriegt hätt? Oh Gott, wär er schlecht gewesen. Gut, ne andere Variante wär auch gewesen. Ich wär um die Ecke gelaufen und hab die gemessert. Wo ist denn der Typ, Alter? Hinter mir? Äh, Mann, das regt mich auf, wenn die angezeigt... Ja, genau, so liebe ich's. Ähm, eine kleine Frage. Den hab ich gesehen. Oha! Oha, Alter! Nee, oder? Äh, da muss ich wohl... Oh, wie ich es liebe. Wie sie alle dort oben stehen. Sie kommen alle da durch. Ja, ja, wie sie mich gesehen haben. Ei, 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 ei. Sie wissen das natürlich. Und ich bin... Negativ. Das war auch klar. Vorher weiß ich gar nicht, ob was ich war. Ich war glaub... Oh, fuck. Ja, das ist dann eine falsche... Nein! Oh, und dann immer schön von hinten, gell? Damit, damit dich... Damit du dich ja nicht in Panik bringst. So, da wird jetzt wirklich auf... Oha, den hab ich jetzt erst gar nicht gesehen. Ja. Los, scan. Das ist ja lustig. Ach, ich lieb das Marksman. Man sieht die Feinde von... So, das war's. Kein Bock mehr, Alter. Nee, echt. Los. Ja, ja. Wie ich sie alle nicht treffe, gell? Wie ich sie alle nicht treffe. Ich will hier nicht durchlaufen. Das ist kacke. Ja. Nein! Ich hab ihn doch... Ey, ich hasse das, ey. Die Leute, die geduckt kommen, die sind so beschissen. Ja, gell? Und dann verreckt er einfach nicht. Ja. Und wie ein zweiter nachkommen kann, der gecampt hat... ... und per Zufall aus der Türe läuft und grad ich entgegenkomme. So bekicken die die Kills. Hey, und das ist noch fair, Mann. Nee, echt? Ja, danke für den Abschuss. War jetzt ganz toll. Gestern hatte ich viel besseren Lauf. Ich hab gekillt ohne Ende. Gut, das ist übertrieben, aber... Jetzt hatte ich zweimal den Predator und einmal den Helikopter. Oh, ja. Ja, und alles stehen wie die Kills. Seht ihr mal den Loose... Seht ihr, was ich kassiere, hä? Hä? Und dafür? Hä? Oh, normal, was ist eigentlich... ...gefunden? Ah, okay. Nee, ist schon... ...gut. Jetzt wird er einfach rumgeballert. Bin schon tot. Nein, ich bin noch nicht tot. Aber bald. Ja, ich will gerne wieder aufstehen, aber ich schaff's nicht. Nee, okay... Nein, hab ich keinen bekommen, aber ich bin tot. Oh, ja. Ey, Gott, Alter, das... Dann kann ich euch sagen, das haben noch alle blindes Auge, gell? Damit man sie nicht erkennen kann. Und ich bin jetzt grad wieder ganz schlecht. Ja! Hä? Habt ihr das? Hä? Seht ihr das? Hä? So, jetzt geh ich zu dem. Jetzt geh ich zu dem und bring den um. Hä? Wie wär das? Aber natürlich muss ich von der anderen Seite kommen. Hm. Das bringt wirklich... Gar nichts. Und den hätt ich auch... Selbst wenn ich geschossen hätte, schwör's euch... ...ich hätt ihn nicht gehabt. Ja... Das kommt davon. Ja. Ja, von hinten. Oh ja, PP90 OP, Mann. Jetzt hab ich noch kurz... Oh nein, trotzdem. Alter, Fünf. Minus. Das gibt's doch nicht. Es gibt nochmal eine Runde. Ich glaub, sie waren auch schon länger dran. Oh nein, wir sind jetzt einfach... ...frier fertig. Alter, weißt du... Dann... ...da frag ich mich wieder. Ja, das war ich. Oh, cool. Bravo. Ja, bewusst Team Deathmatch und nicht mehr Kill Confirmed. Das ist ja MK... Ich hab ja noch ne Klasse gemacht mit Overkill und zwei Shotguns dabei. Oder einfach... Äh... Nein. Doch, ich hab's theoretisch gemacht. Heißt das hier. Oder... Äh, nein. Vielleicht ragt er ja. Keine Ahnung. Hier, Assi. Keine Ahnung. Hab ich jemals Quickscope... Vielleicht könnt ihr mir nach... Ey, keine Ahnung. Ich weiß nicht, welche... ...ding es etwa gut wär. Und dann schon schön Unterstützung. Damit's auch schön... ...schön nervig... ...schön nervig ist. Wenn er seine Streaks ja nicht verliert. Wenn er umstirbt. Hat er immer wieder Generations gezockt. Will ich den auch auch mal machen. Ja. Äh... Äh... ...Ding... ...Finding the Best Host. Das dürfte wahrscheinlich ich sagen. Nein. 54... ...zuerst mal... ...können. Sonst geht ja gar nichts. Ja, ich fang wieder mal mit der OMP an. Wenn's mir zu doof wird. Theoretisch setze ich schon von Anfang an, weil... Mir ist ja vorher bei derselben... ...Ding ist hier schon zu doof geworden. Und ja, theoretisch... ...tu ich immer... ...wenn ich die PP90 zücken musste... ...mache ich einen auf... ...Ragequitter und... ...gehe aus der Lobby, weil... ...ich hab hier keinen Bock... ...gegen beschissene Leute zu verlieren. Gehe die einfach nichts anderes kennen als... ...ne Claymore auf den Boden legen. ...kürz davor zu campen oder solche Scheiße. Uh, da ist echt gestorben. Ja, wie sie alle durch die Gänge kommen, gell? Nicht schlecht. Nein, mit der PP90 hätte ich's jetzt geschafft. Glaubt ihr mir das? Ja, ihr glaubt's mir, gell? Ja, ich weiß. Ich weiß. Als ob ich ihn gesehen hätte. Ach, Drohne, danke. Ah, da kommt wirklich keiner. Doch, ist einer gekommen. Ja. Und was sehe ich? Ja, 4 zu 2. Ey, das gibt's doch gar nicht. Und jetzt kommt wieder die Drohne. Ich versahre euch all eure Camper rein, Alter. Oh ja. Und das war ein Headshot. Nein, ist da jetzt gestanden. Na, haha. Ja, wie ich ihn einfach nicht am... Na, keine Ahnung. Oh ja, wie es explodiert. Boah. Das ist... Das ist so geil, ey. Wenn man... Wenn man einfach so stirbt. Wenn man durch eine Explosion stirbt, dann... Dann ist das so ein richtig fairer Kill. Weil dann hat man ja das Umfeld ausgenutzt. Und von wo... Ja, PP90. Ich weiß es. Ja, ich weiß es. Ja, ihr könnt hier gleich alles so dumm spielen. Und mir die PP90 in die Hand drücken, oder? Aber anscheinend... Da kam einer. Und ja, gib mir die Predator. Oh ja. Nein. Oh, das gibt's doch nicht. Jedes Mal, wenn man nachladen muss. Oh, die ist so OP, Alter. Die ist so OP im Nahkampf. Du metztest einen nach dem anderen damit nieder. Und wie ich gedacht habe, ich... Oh, wieso? Aktiviere ich nicht die Drohne. Wieso aktiviere ich sie nicht? Und da kommt einer. Ja! Was war das? Hä? Was war das? Gut, ich sehe den Namen, aber das heißt eben dann meistens noch lagerlich, dass er steht. Das ist das Problem. Drohne ist schon wieder nicht mehr aktiv. Gut, dann aktivieren sie sie. Kommt einer, kommt einer, kommt einer. Und ich pack... Oh, Alter. Du, was... Jetzt ist es eben genau wieder beschissen, weil die Leute kommen von irgendwo her. Und du weißt nicht, wo, wo und wo. Und wieso habe ich mich so abgedrückt, Mann. Ey, und das ist das wieder gewesen. So, vorher hatte ich auch so, so... Just for fun, ich werfe jetzt mal Granate, gell. Ich werfe jetzt mal eine Granate und... Warte, warte mal. Zweimal... Zweimal dasselbe. Zweimal direkt danach hat der mich einfach so getroffen. Mit der Semtex. Und da... Da habe ich einfach keinen Bock mehr und frage ich doch einfach. Danke. Alter, wieso ein Zweiter? Oh, Alter, ja, wie ich es mag, Pusty zu sein, aber... Ich werde... Ich werde noch negativ wechseln hier. Das kann ich euch gerade... Sagen. Weil... Scheiße. Ah, verdammt. Seht ihr? Schon wieder. Gut, jetzt habe ich mich... Ja. Das war jetzt als Selbstmord, weil ich einfach runtergesprungen bin. Och, gib mir den Kill doch einfach, Mann. Oh, ja. Weder positiv noch negativ. Ich liebe es und hasse es zugleich. Da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Da hinten sind sie, da hinten sind sie, da hinten. Oha. Oha. Oh, seht ihr das? Seht ihr das? Oh, 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 oh. Seht ihr das? Und der Final Kill, Alter. Schon wieder. P-P-90, okay. Und zwei danach. Habt ihr das gesehen? Zwei sind danach gekommen. Hä? Ja, ja, ja. Zwei danach. So nach dem Motto. Ja, komm, wir gehen jetzt. Komm, wir halten uns jetzt Händchen an Händchen. Und wir gehen jetzt zusammen und bleiben, gehen nie mehr auseinander. Selbst wir spawnen zusammen. Ey. Manchmal, da fragt man sich, ey. Echt. Aber, ja. Ist zum Glück zu einem guten Ende gekommen. Und, jo. Das war's. Mit MV3 Online. Ich bin euer Impact Rider. Und, jo. Das war's. Tschüss zusammen. Ich war positiv. Nur, dass das gesagt ist.